Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Fronau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner... Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodel, Krebs und Butter. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner, das war ein Befehl! Wer sind Sie? Das war ein Befehl, das war ein Befehl, das war ein Befehl! Der Angriff Steiner, der Treulose Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verblieben... Die Stadt Feiglinge! Verreiter, Verreiter, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist der Geschmäusch des deutschen Volkes! Sie sind ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Kabel hält. Ich hab ihn weggelegt! Ich hab ihn gut daran getan, von Jahren alle Höroffiziere registrieren zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie. Und doch hab ich allein auf mich gestellt, ganz Europa erobert! Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen bei Ihnen verlasse, irren Sie sich gewaltig! Eher jagt ich mir eine Kugel durch den Kopf! Turen Sie, was Sie wollen!